Hallo, wie sind Sie? Hi, Ralf. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt dieses Gespräch hier führen. In der Zeilitzheim-Podcast, Video-Podcast, Zeilitz-Cast-Reihe der Kongressgrößen. Und du bist sogar in die Jablonski-Straße gekommen, was natürlich Leute, die jetzt hier zugucken, merken. Das ist der vierte Podcast in der Reihe ist und zwar einer in der Jablonski-Straße. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Live und im Fahrer. Genau. Und ich habe mich auch gefreut, dich auf dem Kongress zu sehen. Du warst ja sogar in zwei Rollen da. Du hast einen wunderbaren Vortrag gehalten und zwischendurch noch darauf geachtet, dass der Kongress schön ist. Und Bilder und so gemacht und das fliegende Eichhörnchen. Du warst in jedem Vortrag drin und hast Vortrag gemacht. Nahezu fast in jedem. Außer natürlich, als ich selber gesprochen habe, weil mich gibt es ja nur einmal, ich bin ja ein Unikat. Deswegen so meine Doubles, die waren dann nicht unterwegs und haben Bilder gemacht. Bist du nicht zwischendurch kurz raus in deinen Vortrag? Nein. Mach mal eine kleine Trance, ich gehe woanders und mache Fotos. Genau. Aber ansonsten bin ich viel rumgekommen, habe viele Impulse einsammeln dürfen, inklusive auch bei dir. Da habe ich den perfekten Moment auch erwischt gehabt. So diese hoch emotionale Berührung, als diese Formatentwicklung da war und dieses Erkennen, auch wie wundervoll man auch selber ist. Und ich dann so da so, oh, das fand ich voll schön. Ich hoffe, dass ich mit Thomas auch noch da einen Nachschlag mache, wenn wir das Format ein bisschen verfeinern. War das jetzt dein erster Zeilezeilen-Kongress? Ja, tatsächlich. Das war mein erster. Das ist toll. Wie findest du ihn? Also ich schmelze jedes Mal hin. Ich sage ja, ich habe es in jedem Gespräch gesagt, ich glaube, es ist der tollste Kongress von allen, den ich überhaupt kenne. Der hat so eine zauberhafte Stimmung. Was ich total angenehm finde, ist tatsächlich, egal mit wem ich ins Gespräch gekommen bin, es war ein sehr angenehmes Gespräch, es war wertvoll, es war wertschätzend. Man hat auch mal zwischendrin einfach nur gelacht über irgendwas. Also was ich spannend finde, man lachte auch teilweise über Witze, die man außerhalb der NLP- und Persönlichkeitsentwicklungs-Bubble gar nicht verstehen würde. So teilweise, das finde ich auch schön. Da wüsstest du aber nicht so völlig irgendeinen, oder? Nein, das sind halt so diese Situationswitze dann auch teilweise so nach dem Motto, ja, da hast du irgendwas gerade weggetilgt oder so. Du bist der König der Tilgung. Das ist halt ganz, ganz witzig so in diesem Moment dann. Und was ich auch wirklich sehr schön empfunden habe, ich bin ja auch ganz viel durch die Räume ja durch und dann auch rechts, links da mal so mich da irgendwo dazwischen, um auch mal ein Bild zu machen. Und ich bin ja immer so mit einem Lächeln durch und habe auch so viel Lächeln zurückbekommen. Und das fand ich so ein Geschenk für mich persönlich. Weil wenn ich so durch die Straßen laufe und ich habe meistens irgendwie so ein Grinsen auf den Lippen, da kommt auch mal ein Lächeln zurück. Aber bei weitem nicht so viel wie da. Also wirklich diese offenen Augen, in die man da reinblicken darf. Und ja, ein sehr schönes Wochenende. Das ist auch genau, was mir bei diesem Kongress so auffällt, ist, dass die Menschen und das Miteinander ist anders als bei anderen Kongressen. Also sonst bei Kongressen kenne ich viel mehr, dass so eine leichte Konkurrenzstimmung drunter liegt. Also nach dem Motto, wer hat den besten Vortrag und wer hat die besten Inhalte und wer kriegt die meisten Kunden so weit in der Richtung. Das ist ja überhaupt nicht. Es ist wirklich ein angenehmes Miteinander, als ob die Leute sich mögen würden. Das fand ich auch mega schön. Zum Beispiel, ich muss ja gestehen, ich war vor dem Moment des auf dem Brunnen steigens. Ich war ja so scheiße nervös. Ich war so krass nervös. Du, ich warte seit Jahren darauf, dass mal einer reinfällt. Aber das Einzige war, dass ich jetzt einer, der absichtlich reingestiegen ist. Bei uns war er ja jetzt leer, da war ja nicht mal was da drin. Nein, leider. Aber ich war wirklich unglaublich nervös gewesen. Und ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Aber ich habe anscheinend was Tolles gesagt, weil sonst wären ja nicht so viele Leute bei mir gewesen. Und was ich total cool fand, Marjan kam auch danach zu mir und sagte, Susan, ey, du hast ein mega gutes Pitch gerade gemacht, ich bin so stolz auf dich. Und ich fand das so schön und so wertschätzen, dass dann auch so, genau was du sagst, das war halt nicht so eh, eh, sondern wertschätzen, so kannst du stolz auf dich sein. Aber ich habe von mehreren gehört, dass einige Referenten im Grunde vor diesen 30 Sekunden Pitch nervöser waren als vor einer Stunde Vortrag. Ja. Aber gerade der Pitch macht ja auch so was aus. Ich meine, welchen Kongress kennst du sonst noch, wo man auf dem Brunnenrand steht und die Leute zu seinem Vortrag einlädt? Ich habe es noch nie so erlebt und das war auch für mich so was krass Besonderes, weil das war so ein Unique Point. So, was passiert da jetzt und so. Und dann stehst du da so oben und dann so, hallo, ich bin's und ich rede über das Thema. Und es ist, ich glaube, das war auch für mich eine persönliche Herausforderung, auch zu sagen, ich gehe jetzt mal sehr präsent in diese Sichtbarkeit rein und sage nach dem Motto, es lohnt sich mir zuzuhören. So, deswegen... Ist das nicht was, was du sonst machst? Also ich meine, ich sage nicht, dass du unauffällig bist. Es war für mich tatsächlich auch so eine kleine Erkenntnis gewesen, dass es, glaube ich, so ein Punkt ist, wo ich dann nochmal ein bisschen für mich auch zum Beispiel sagen kann, hey, das ist vielleicht so eine kleine Herausforderung für mich drin. Nach dem Motto, also mich vor Menschen hinstellen, einen Vortrag zu machen, vor 100, 200 Leuten oder so reden, das juckt mich dann wieder nicht. Dann bin ich total entspannt. Aber mich dann so öfter mal so zu bewerben, das dann wiederum schon. Du meinst, es war dieses... Ich meine, das ist nicht die Stelle, die man als Referent da mögen muss. Es kommen vier auf den Brunnen und hinterher kommt die Abstimmung, wer will zu dem, wer will zu dem, wer will zu dem. Wenn du dann mitkriegst, bei dem einen sind 60, beim anderen sind 10. Das ist natürlich ein direktes Feedback, ne? Das hat man also gekriegt. Aber irgendwie auch spannend. Ja, total spannend. Das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung gewesen. Ich glaube, die Teilnehmer wissen gar nicht, was sie da zum Teil auslösen, indem sie einfach eine Hand heben. Ja, total verrückt. Also durch so eine kleine Geschichte, die ich einfach von mir gebe, so durch eine Handhebung, was da innerlich so für Emotionen ausgelöst werden, was da teilweise auch für Gedanken, weil ich dann losgehen oder auch nicht losgehen und für Entspannung oder auch Anspannung oder auch für Siegesgefühle. Ich muss zum Beispiel auch an Uwe denken. Er hat ja auch die Standing gehabt, so, ich will den großen Jagdsaal haben. Hat ihn ja auch gekriegt. Und das war ja schon auch so dieses Erfolgserlebnis zum Beispiel, da schon mit einsammeln zu dürfen. Aber jetzt sag mal, ist das nicht, um jetzt mal einen ganz eleganten Bogen zu machen, im Grunde genau dein Thema, dieses achtsame Wahrnehmen von sich selbst, Körper, Energie, das muss doch für dich im Grunde eigentlich dann großartig gewesen sein, dich selber in dem Augenblick zu spüren und zu entdecken. Total. Und das war auch für mich eine der spannendsten Sachen für dich gewesen, dass viele Menschen auf mich zugekommen sind und haben mir eine Rückmeldung zu gegeben zu meiner Energie, die ich ausstrahle. Und zum Beispiel mein Lieblingsmoment war gewesen in meinem Vortrag, war auch ein junges Mädel mit dabei gewesen und die hat währenddessen mir eine Sonnenblume gemalt. Und da habe ich so, ich habe mich übelst gefreut, ich finde das so ein schönes Geschenk und so viel Wertschätzung. Und ich bin so, dann später bin ich nun mal zu ihr hin. Ich so, wie bist du dazu gekommen, eine Sonnenblume zu machen? Ja, ich verbinde dich einfach mit einer Sonnenblume, weil du so strahlst und weil du so eine Energie gibst, so etwas Liebevolles, so etwas Wärmendes, so etwas. Das hat mich total berührt und diese Rückmeldung habe ich zum Beispiel viel bekommen. Deswegen ist auch genau das Thema mit der Energie so, also was strahle ich für eine Energie aus in meiner Energie-Bubble, die ich so habe? Wie ist die Energie so in meinem Körper? Und was ist da auch mit den Emotionen dann so teilweise los? Und auch mit den Instinkten, mit diesen intuitiven Sachen? Also, ja. Dann lass uns doch mal denen, die uns zu gucken, sagen, was war denn dein Thema? Also jetzt, wobei schon dem ganzen uns von der Seite immer so nähern, was war dir jetzt so richtig die Überschrift? Mein Thema ist ja mein Format gewesen, der Chakra Talk. Ich habe ja selber ein Format entwickelt, was so eine Kombination ist aus NLP und Human Design, also streng genommen die neuen Zentren aus dem Human Design, weil für mich ganz viel über das Thema Energie geht. Wir haben ja unterschiedliche Ressourcen, so jeder im Leben, aber eines davon ist zum Beispiel das Thema Energie, das eine ist Zeit, das andere ist zum Beispiel das Thema Geld, das eine ist Fähigkeiten. Aber einer der Knackpunkte ist halt zum Beispiel, wenn ich halt die Energie in mir halt irgendwie nicht so richtig läuft, nicht so richtig stimmt und so, dann bringen mir alle anderen Ressourcen auch nichts. So nach dem Motto, wenn ich, ich sage mal, keine Energie habe, bin jetzt zum Beispiel einfach mal krank jetzt auf der Couch und habe jetzt Erkältung oder weiß ich nicht alles, habe aber wahnsinnig viel Kohle auf dem Konto, ja dann bringt mir das auch nicht viel Punkte. Ja, aber wenn du eine Karte auf der Couch bist und du hast noch nicht mal Geld auf dem Konto, ist es auch nicht besser, ne? Ja, auch nicht besser, nee, absolut nicht. Aber das ist zum Beispiel so mein Thema und ich persönlich, das ist meine persönliche Überzeugung, bin der Meinung, dass wir hier, vor allem in unserer westlichen Hermesphäre, so viel die Verbindung zu uns selber so verloren haben, dass wir sehr viel im Kognitiven unterwegs sind, was natürlich in der einen oder anderen Situation natürlich auch sinnvoll und wichtig ist, passend zu den letzten Newsletter. Aber darüber hinaus so diese, wirklich diese Verbindung zu unserem Körper wieder, zu diesen Emotionen und was sagt so auch meine Intuition, so viel verloren gegangen ist, so viel Konditionierung reingegangen ist und deswegen ganz viel dieses Gefühl für einen selber fehlt und dann dann solche Fragen aufkommen, so, ja, was will ich eigentlich in meinem Leben? Was mir gerade aufwendig ist, weil du jetzt diese Geschichte erzählt hast, und die wird ja oft erzählt, ne? Dass wir im Westen hier dieses Gefühl verloren haben. Wie kommst du da eigentlich drauf? Weil mir ist gerade zum allerersten Mal aufgefallen, das ist so ein Versatzstück, was so viele erzählen. Aber warum eigentlich? Ich persönlich habe mich ja auch schon ganz viel, also ich mache jetzt schon seit, keine Ahnung, drei, vier Jahren oder so täglich Yoga und habe mich auch viel so mit dieser Yoga-Lehre und so auch mit beschäftigt und das ist ein Thema nicht. Und es ist total spannend, wie unterschiedlich da auch teilweise so diese Verbindungen so sind, also auch diese Verbindungen zum Körper und zum Beispiel im Yoga geht es auch ganz viel darum, wirklich in dieser Verbindung mit dir in deinem Körper zu sein und dich selber wirklich so anzunehmen, so wie du gerade in diesem Moment bist. Weil du bist nicht jeden Tag in der gleichen perfekten Verfassung. Du hast vielleicht einen Tag, da machst du den herabschauenden Hund, den kennen ja viele, so von der Position her, da machst du den mega genial, kommst du richtig schön mit deinem Füßchen runter und alles cool, der nächste Nacht denkst du dir so, bin ich jetzt mega verkürzt. Und das zum Beispiel auch dann einfach in Liebe anzunehmen, dass mein Körper heute gerade so drauf ist, wie er drauf ist und den dann halt nicht zu zwingen und zu prügeln, jetzt gehe ich aber in diese Position aufbiegen und brechen, sondern einfach so, okay, es ist gerade okay. Dann würdest du mir sagen, guck mal, allein hier in der Jalonski-Straße gibt es drei Yoga-Studios und wenn ich gucke, wer alles Yoga macht, was die Leute im Körper investieren, in Fitness, in was auch immer, würdest du nicht sagen, dass wir gerade ein besonders hohes Körperbewusstsein haben, seit mindestens den 60ern? Ich glaube, es kommt Stück für Stück wieder mehr zurück, aber es ist ja so die Frage, sind wir allein beim Yoga, gibt es tausend verschiedene Yoga-Varianten, über Lach-Yoga zum Beispiel, über ich mache Hatha-Yoga, Kundalini-Yoga, weil du hast da allein ganz viele verschiedene Yoga-Formen. Ich sage es mal ganz liebevoll, es gibt das Tritt-mich-in-Arsch-Yoga, so energetic Flows und dann hast du zum Beispiel eher so slow Flows. Und das heißt, je nachdem, was du auch zum Beispiel für den Yoga machst, gehst du auch ein bisschen unterschiedlich mit um. Das eine Mal gehst du eher so, ich gehe mehr in das rein, wo ich mich auch mehr fordere, mehr über mich hinauswachse oder ich mache vielleicht auch eins, was ganz sehr liebevoll ist und in die Annahme. Es gibt zum Beispiel auch Yin-Yoga und Yang-Yoga. Also geh nicht eher in diese männliche oder diese weibliche Energie dann zum Beispiel mit rein. Weil zum Beispiel das Yoga-Machen selber, die Position, ist männliche Energie. Die Atmung dabei aber, das ist weibliche Energie. Und deswegen kannst du Yoga ganz unterschiedlich machen. Wenn du zum Beispiel einfach nur die Posen durchhaust, aber dabei nicht bewusst von deiner Atmung bist, bist du voll in der männlichen Energie, dann wirst du jetzt auch von dem, wie du unterwegs bist, auch in einer ganz anderen Verbindung. Aber trotzdem. Deswegen, es kommt immer mehr, aber es wird einem auch teilweise, meines Erachtens nach, gar nicht so einfach gemacht. Weil dann gehst du vielleicht, mal angenommen, du würdest jetzt Yoga machen. Und du fängst jetzt dann mit an. Dann wackelst du jetzt hier zwei Häuser weiter rein, machst jetzt hier deine Yoga-Position, bist jetzt so bei dir, an deinen Körper, dann machst du raus und dann kriegst du hier einen blöden Anruf. Und da kann es ganz schnell passieren, dass du dann wieder aus diesem Bewusstsein von ich bin bei mir, in der Verbindung mit meinem Körper, und du musst vielleicht gerade, ich nehme jetzt mal ein ganz subtiles Beispiel, okay? Du musst vielleicht gerade eigentlich dringend Pipi. Subtil, ja. Ja, ganz subtil. Du musst jetzt hier noch eine Dreiviertelstunde Gespräch durchhalten. Du hättest hier keine Suggestion, ja. Du musst vielleicht eigentlich dringend Pipi. Dann ich sage, ach komm, da geh ich schnell ran. Und auf einmal hast du aber an diesem Telefon eigentlich die Dramakiste des Jahrtausends dranhängen. Dann wirst du wahrscheinlich sagen, ach komm, ich kümmere mich erst mal jetzt hier drum. Und dann deine Intuition, dein Körper sagt dir jetzt, ich muss dringend Pipi, ich muss meine Schadstoffe, die ich vielleicht gerade beim Yoga mir durchgespült habe, habe auch viel getrunken, die ich jetzt ausscheiden möchte, raushauen. Aber du behältst lieber gerade das Drama am Ohr und hältst deine Schadstoffe zurück und lässt die nicht rausfließen. Und dann bist du wieder nicht bei dir. Und das geht ganz, ganz schnell. Und das sind solche, diese kleinen Geschichten, es wird besser und es wird mehr. Es ist aber auch eine Geschichte des Trainings. Ich bleibe dabei. Ich glaube, mir fällt gerade auch wirklich zum ersten Mal selber auf, dass nachdem wir über sowas reden, nachdem du sowas anbietest, nachdem du mit Leuten gewinnst, ist es eigentlich doch ein Zeichen für ein Körperbewusstsein, also für eine Wahrnehmung, dass es notwendig ist, daran was zu machen. Also ich war nie groß in der Welt unterwegs. Aber ich habe von Leuten gehört, die waren in Asien, die meinen, das ist schockierend, wie die Leute da an sich halten, also mit Maske, mit Gesichtwahn, mit sehr kontrolliert sein. Also glaubst du wirklich, dass wir hier die Kultur sind, die am allermeisten dieses kognitive, beherrschte, körperlose hat? Mal abgesehen von irgendwelchen indigenen Völkern, die da irgendwas anprojizieren, natürlich, wobei denken, das ist pure Natur. Aber glaubst du wirklich? Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Es glaubt hat auch immer was damit zu tun, also wir können jetzt auch mal einen Spruch machen, Graves Value und so, was habe ich für eine Bewusstseinsebene, wo bin ich unterwegs? Was habe ich auch für einen Rahmen von Möglichkeiten dazu mit drin? Ich glaube, es gibt Menschen, die sind auch in den östlichen Hemisphären komplett nicht in Verbindung mit sich. Ich glaube, es gibt auch hier Menschen, die sind sehr in Verbindung mit sich. Das kannst du, glaube ich, überall hingucken. Daran würde ich es jetzt nicht unbedingt festmachen, aber was ich ja mal einfach erfahrungsgemäß jetzt schon mitbekommen habe, durch auch, ich arbeite ja auch in der Automobilbranche, also für die Automobilbranche. Das ist sozusagen dein Ausgleichssport, oder? Ja, so, wenn man das so sehen. und das ist schon teilweise echt krass, wie heftig, kognitiv, konditioniert das teilweise ist. Ich glaube, ich muss die Leute mal verteidigen. Ich glaube, wenn die wirklich spüren würden, wie es ihnen geht, dann wären die Kreuz unglücklich. Es ist natürlich auch viel, auch teilweise, ich sage mal so, wir haben ja viele auch so Selbstschutzmechanismen, die wir uns ja irgendwo mal angeeignet haben, durch die Konditionierung, die wir, weiß ich, Kindheit, Jugend und so gemacht haben, die uns ja irgendwie mal beschützt haben. Ich kann davon auch Lieder singen. Ich habe meine Lieblingskonditionierung, die ich über Jahre hinweg krass durchgezogen habe, war das Thema Perfektionismus. Also wirklich dieses Leistungspferd mitgenommen aus der Kindheit heraus, so, ich beweise mich, indem ich, was ich, gute Noten mit nach Hause bringe, ach, da bist du dann ein gutes Mädchen, ne, und dann, was man halt so mitbringt, was ja auch Vorteile für sich mitgebracht hat, und das hätte ich ja das nicht so lange auch aufrechterhalten, aber auch für mich dann irgendwann die Erkenntnis, über dieses permanent, in diesen Leistungsgetriebenen drin zu sein, wie oft krass ich meinen Körper ignoriert habe und wie viel ich heftig über meine Grenzen hinweggegangen bin. Und ich habe mir das natürlich erstmal auch anders so schön geredet, ich war ja selber auch mal Autoverkäuferin, also von daher, ich kann davon selber ein Lied singen, so, hast du ein schönes Auto, dass du fährst, ach, das Geld ist ja auch ganz nett, ich hatte auch mega tolle Kunden, also ich habe meine Kunden geliebt, ich habe eine unglaublich tolle Beziehung zu meinen Kunden gehabt, lag aber auch darum, dass ich sehr viel für die gemacht habe, dementsprechend auch sehr viel gearbeitet, aber ich bin für mich selber froh, dass ich dann diese Erkenntnis hatte, so schauen, was will ich eigentlich wirklich, so, möchte ich dann weiterhin in diesen Leistungsstrudel da so ein Stück weit drinnen bleiben, wo jedes Jahr am 1.1. die Zahlen wieder auf Null gesetzt sind und dann sitzt du wieder bei deinem Verkaufseite am Tisch, Jahreszielvereinbarung, hast du dann wieder erstmal so eine große Zahl vor der Brust und du denkst dir so, oh holy shit, es geht schon wieder los. Orange nach Grün, ne? Oh ja. Ja, das erinnert mich an der Geschichte, die habe ich mal erlebt im Seminar, da kam eine Frau zu mir, hinterher meinte, ob NLP auch hilft bei psychosomatischen Beschwerden, sie hat es an der Schulter, sie kann den Beruf nicht mehr machen und dann habe ich sie einfach so gefragt, macht dir dein Beruf eigentlich Spaß? Dann dreht die sich um und geht und ich dachte, was ist jetzt los? Dann kam die am nächsten Tag wieder und meinte, nein. Und ich was? Und sie, du hast mich doch gestern gefragt, ob mein Beruf mir Spaß macht, hat sie gesagt, ich habe mir die Frage nie gestellt, er macht mir keinen Spaß. Krass. Und ich war so berührt, dass sie zugegeben hat, sie hat sich die Frage nie gestellt. Also ich will damit sagen, wir kommen ja gleich drauf, das, was du mit den Leuten machst, sie in Kontakt bringen mit dem Körper, mit ihrem Gefühl, das kann ein Leben dramatisch verändern. Total. Das kann sehr viel verändern und dann stehen sie plötzlich da und haben keinen Job mehr im Autohaus, die armen Leute. Das kann passieren, also das ist faszinierend. Also wir haben ja jetzt auch zum Beispiel, ich finde es cool, dass wir es demnächst anbieten, wir haben auch demnächst auch bei uns intern so über Seat und Cupra so ein Thema zur Persönlichkeitsentwicklung, was damit angeboten wird. Wir haben aber auch Seat und Cupra schon vorgewarnt, es kann passieren, dass einige danach kündigen werden. Ich habe die Erfahrung oft gemacht, wenn du mit sowas in Firmen gehst, mit so Sachen, die in Achtsamkeit gehen, die in Spüren gehen, in den Körper gehen, dann merken halt manche Leute, dass es ihnen eigentlich keinen Spaß macht. Also ich glaube, ich habe auch ziemlich viele Leute aus Firmen schon rausgecoacht, nicht wirklich im Interesse der Auftraggeber. Oder aus Beziehungen. Ja. Das kann dann auch schon passieren. Du musst mich nicht davon überzeugen, dass es doch gut ist, auf sich zu achten und sich zu spüren, aber ich glaube, es hat auch ein Preisschild. Definitiv. Also auch aus eigener Erfahrung heraus, als ich dann so auf meinen wirklichen bewussten Weg gegangen bin, nicht nur über Bücher und Seminare, sondern mein erstes Weiterbildung, meine erste Coaching-Ausbildung, weiß ich noch, wie damals die Panikattacken regelrecht meinen damaligen Freund auf der Stirn standen. Damalig ist so ein bisschen naheliegend. Ich höre schon das entscheidende Wort das damalige Freund. Und das erste Modul war auch Liebe und Partnerschaft und ich dachte mir erst mal so, oh mein Gott, ich will nicht, das ist glaube ich nicht gut. Zum einen, mir war klar, es ist ganz viel auch mit Kindheit und so beschäftigen. Das ist wirklich ja okay. Und dann war wirklich so dieses, ich sitze da in diesem Seminar und so, okay, du hast jetzt hier viel Geld bezahlt. Sag mal, das Kognitive dann wirklich gut, so, du hast jetzt hier viel Geld bezahlt, du ziehst das jetzt durch. Du hast dich hier angemeldet, weil das war, so dieses innere Gespräch dann, du bist einem Impuls gefolgt. Du folgst jetzt diesen Impuls, auch wenn, das heißt nicht, dass es unbedingt immer einfach ist. Wir bleiben jetzt hier, wir ziehen das jetzt durch. Ja, so im Laufe der Zeit dachte ich mir so, es ist tatsächlich für beide Parteien sinnvoller, die Beziehung dann nicht weiterzuführen, aber in voller Liebe, weil ich gemerkt habe, so, ich bin nicht die richtige Frau, so, und es ist besser, ihnen Liebe gehen zu lassen, damit er diesen Menschen, der ihn dann glücklich macht, diese Person hat er und darüber bin ich total dankbar und glücklich, dann auch finden zu können oder auch sehen zu können, dass ich den Weg freimache dafür, so, das Bewusstsein durfte ich erstmal dafür dann auch haben, so, und dementsprechend, ja, ich habe da eigene Erfahrungen gesammelt, ich habe nicht mehr den Freund von damals, ich mache nicht mehr den Job von damals und mittlerweile. Sondern du hilfst jetzt Leuten in dem Job, den du damals hattest, sich zu spüren, dass sie einen anderen Job kriegen. Oder das für sich, den Mut zu haben, das finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig, hatte ich jetzt erst letzte Woche und das fand ich so berührend, als meine eine Teilnehmerin meinte, aber so, ich bin noch so ein kleines Licht. Und ich meine, ich so, du bist vielleicht jetzt nicht in dem Kosmos, wo du unterwegs bist, weil die Arbeit arbeitet in einem sehr, sehr großen Unternehmen mit mehreren Filialen und so, was ich glaube 600 Mitarbeiter oder irgendwas, was die insgesamt haben. Du bist vielleicht jetzt nicht diese riesengroße, krasse Sonne, aber du bist ein Licht und dein eines Licht kann in der Ecke, wo gerade Schatten ist, Licht reinbringen und Sachen zum Vorschein bringen, die Veränderung reingeben. Weil jedes einzelne Licht, was jeder einzelne Mensch hat und in sich trägt, hat die Kraft, was zu verändern. Und wenn man den Mut hat, sein Licht dann auch halt nicht zu verstecken und damit halt auch einfach rauszugehen, in Vertrauen zu sich und dann halt auch vielleicht mal ins Dunkle so hineinzuleuchten, kann das eine unglaubliche Veränderung bringen für einen selber und auch für andere Menschen. Das war hier dann auch so gesagt, die kann auch später nochmal zu mir so, ach Susan, das tat so gut, das zu hören. Da hast du recht, es ist zum Teil so schwer zu sagen, was der Beitrag von einem ist. Also ich höre im Augenblick eine Hörbuchgeschichte der Philosophie und da kennt man so ein paar große Namen. Aber das ist halt jetzt 60 Stunden, ein Hörbuch. Das heißt, da kommen auch viele kleine Namen vor. Und da ist es so erstaunlich, da war dann so ein Großer und da kommt ein Kleiner, den man überhaupt nicht kennt. Aber der drängt einen Gedanken weiter, der schreibt ein Buch und das liest der Nächste, der wieder was Großes draus macht. Wenn es den dazwischen nicht gegeben hätte, dann wäre die Kette zu Ende gewesen. Butterfly-Effekt. Und sich das zu überlegen und ich finde es schön in diesem Hörbuch, also das ist von Richard David Precht, Geschichte der Philosophie, dass er halt auch diese Kleinen würdig, dass er sagt, das war vielleicht nur ein Artikel, ein Aufsatz, ein kleines Büchlein, aber in dem war der Gedanke angelegt, der dann hinterher riesengroß wurde. Also der gibt es quasi im Nachhinein dann den Leuten, was du sagst, auch wenn es nur ein kleines Licht ist. In diesem Chakra Talk bringst du dann da Ratio mit Körper, mit Emotionen, mit Energie, was bringst du da wie zusammen? Also wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wer kommt da mit wegen ins Gespräch? Weil Talk klingt ja nach Gespräch. Ja. Also erstmal so die Grundlage, also ich schaue mir so mal vorweg zum Beispiel das Human Design Chart so an. Je nachdem, auch so ein bisschen wie der Typ oder die Typin, die dann so vor mir sitzt, dann ob sie ihn drauf ist, gebe ich dann auch so ein paar Impulse schon mal ein bisschen mit rein. Ich muss mich mal kurz unterbrechen, ich muss mich jetzt mal outen. Outest du dich jetzt? Ich oute mich jetzt offiziell vor der Welt, weil mir fällt das schon auch oft, dass neuerdings sehr viele Leute von Human Design reden. Ich habe davon keinen blassen Dunst. Ich weiß nicht, ich habe einmal das Bild gesehen, ich habe mir auch mal von irgendeiner lieben Frau meine Charts zeigen lassen, die meinte nur, ui. Ah, ui. Mehr weiß ich nicht. Ui ist doch schon mal schön. Aber ich kriege mit, das ist jetzt irgendwie der neue Trend, das ist ja neue heiße Scheiß, jetzt macht man Human Design. Also, Was ist das kurz gesagt? Oh Gott, kurz gesagt? Oder warum bist du auch eine von dir das überhaupt abfahren? Ich gebe mal meine Definition, der Rest ist so dieses super, was ist da alles irgendwie drin? Ich gebe mal die Essenz für mich raus, und zwar die Essenz ist für mich, das Human Design kann dir zeigen, was in dir steckt, was das größte Potenzial ist, was du sozusagen als kosmisches Glück mitbekommen hast. Sozusagen, wie du in den Sternen geschrieben wurdest, und wenn du das lebst, was und wer du sein kannst, was sozusagen für ein Potenzial in dir steckt. Und das fand ich total genial, weil wir reden ja auch in NLP ganz viel von Ressourcen, und dass man bereits alles in sich tritt, was man braucht. Und dass man alles ja irgendwie hat. Man darf ja vielleicht einfach nur irgendwie freiputzen, wieder rausholen, rauskramen. Und das ist so schön, wenn man sagt, okay, da ist sozusagen meine Ressourcen als Möglichkeiten, und ich kann mich darin nochmal ein bisschen manchmal selber so erkennen und verstehen, und vielleicht auch manchmal so verstehen, holy shit, und warum ist das manchmal bei mir so und so? Oder warum waren die letzten 30 Jahre meines Lebens so? Und dann gibt es bei mir so einen Aha-Moment und auch manchmal auch so eine Ruhe einfach rein. So dieses sich auch selber so ein bisschen verstehen und ich sage immer, so mein Unternehmens-Titel ist ja auch Erkenne dich selbst. Weil ich finde es so schön, sich selber näher kennenzulernen. Mit allem, was man ist, und was man auch vielleicht noch nicht ist. Und das gibt dann auch so einen Ausblick auf, was kann ich denn auch leben? Und mit diesen, die sieben Zentren kennen die meisten so, aus dem Yoga mit dabei, so den siebenzentrischen Mensch, manche reden sogar von zwölfzentrischen Menschen, und die hast du im Prinzip diese neun, diese neun Energiezentren im Körper. Und ich finde das total schön, den Menschen nochmal in seiner Feinheit von der Energie her schöner betrachten zu können. und zu schauen, wie ist denn eigentlich die ursprüngliche Energie, als du mal auf die Welt geschlüpft bist. Weil du als auf die Welt gekommen bist, also jeder von uns, nicht nur du, waren wir perfekt von der Energie her. Da waren wir absolut perfekt, deswegen haben auch Babys so diesen, diese Ausstrahlung von so, bist du toll, bist du knuddelig. Egal ob das Hunde, Welpen sind oder richtig Babys, die haben ja so diese Oh, weil die halt einfach so perfekt erstmal sind von der Energie her, die sind so rein, die überlegen nicht, ist das richtig, ist das falsch, ob ich jetzt Brülle oder gerade ein Häufchen in meine Windel reinsetze, die machen halt einfach. Da gibt es keine Beurteilung so, die sind einfach in sich ganz rein. Und irgendwann kommen halt diese kleinen Verfälschungen in Anführungsstrichen rein und diese sehr reine Energie wird ein bisschen verunreinigt. Das ist wie, wenn ich dir jetzt in dein Glas jetzt Kaffee mit reinschütte, dann verunreinige Sachen auch deine Energie und das passiert ja so, das sind ja diese Konditionierungen und das haben ja jeder diese Energiezentren unterschiedlich mit einer definierten, undefinierten, offenen Energie und wenn ich mir so einen Chart dann da angucke aus dem jungen Design und ich höre dann zu, was mir mein Gegenüber so erzählt, dann bekomme ich schon so eine Idee rein, ah, wo ist vielleicht der Kaffee ins Glas reingekommen, um bei dem Bild zu bleiben und das ist total schön, weil jeder von uns bringt eine andere Energiequalität auch mit sich, so vom Typen her an. Das heißt, dass dein Format starten kann, brauchst du quasi erst diese Chart. Genau, also um da ganz sicher zu sein, weil sonst, also ich bin der Typ dafür, ich bin, ich nehme sehr viel wahr, ich fühle sehr viel und weil ich auch sehr bei meinem Gegenüber bin und mich da auch komplett rein vertiefe in das, was gerade in diesem Moment ist und was mir erzählt wird, aber ich möchte auch einfach schauen, sozusagen mein Gefühl, was ich habe, möchte ich auch noch mit so über, einfach so mit überprüfen, so ist die Idee, die ich da auch habe, Anführungsstrichen richtig, um da auch intensiver mit reingehen zu können, weil du hast dann zum Beispiel auch schön zu erkennen, immer angenommen, ich habe zum Beispiel eine definierte Kehle und zu schauen, mit was ist denn jetzt zum Beispiel die Kehle verbunden, mit welchem Energiezentrum und zu sagen, aus was redest du eigentlich oder aus welchem Energiezentrum kommt Sachen, die Energie für deine Kehle und das ist total spannend, wir haben zum Beispiel auch einen Coach, der hat zum Beispiel seine Kehle, seine definierte, verbunden mit dem Emotionszentrum und der sollte, ich sage bewusst sollte, viel mehr aus den Emotionen herausreden, also mit Emotionen, mit dem, was ihn bewegt und was ihn begeistert und wirklich dieses Oh! Und das, da drin steckt seine ganze Magie. Das tut er aber nicht und deswegen sozusagen das Potenzial, was er hat, um die Menschen zu verzaubern, nutzt er nicht, weil er sich sagt, okay, nee, ich bleibe lieber eher in der Kontenance aus und dementsprechend nutzt er nicht die Energie, die eigentlich sein ursprüngliches ist, weil er in diesem Emotionszentrum zum Beispiel konditioniert ist und da kann man dann sehr viel mit aufheilen, um dann wieder in die Verbindung zu sich reinzukommen und dann können zum Beispiel solche, das ist ja jetzt vielleicht total spooky, aber wenn ich zum Beispiel ein Thema habe, ich möchte erfolgreich in meinem Business sein und ich krebs ja schon seit Ewigkeiten rum, kann dann zum Beispiel sowas dahinter stecken, warum bist du nicht erfolgreich, weil du vielleicht gar nicht aus dem heraus redest, was deine volle Power ist, wo sich Menschen in dich sozusagen verlieben können, um mit dir zusammenarbeiten zu wollen, weil du dich gar nicht so von der Energie her zeigst, was du eigentlich bist. Das heißt, es wäre ein Format, was du da entwickelt hast, wie jemand auf der Grundlage seiner Human Design Chart mit dem, was er da hat, arbeitet. Es geht dann sozusagen da rein, dass ich bei diesem Chakra Talk gehe ich bewusst in dieses eine Energiezentrum rein und da wird wirklich eine Verbindung hergestellt über erst mal so ein Hypnotisches. Was meinst du in dieses eine, also in ein Energiezentrum oder? In eins. Also mal angenommen zum Beispiel, du hättest jetzt eine Disharmonie jetzt zum Beispiel in deinem Herzen. So, in dein Herz. Energiezentrum. Mit dich damit zu dritten, dass auch deine Hände zum Beispiel auf dein Herzchen auch so mit drauf legst, dass du auch in eine körperliche Verbindung reingehst und die musst du auch die ganze Zeit halten. Und das ist natürlich bei Positionen wie zum Beispiel hier Aschner oder Krone dann ganz witzig. Dann sage ich auch, du kannst dich auch gerne hinlegen oder irgendwie jetzt so vorne abstützen. Weil das ist ja teilweise auch ein bisschen anstrengend und dann kommt teilweise dieser Moment, wo die Coaches dann sagen, so, ich möchte jetzt eigentlich, so, da merkst du schon, ich so, lass die Hände, wo sie sind. Wenn so diese Verbindung wieder abgebrochen, dieses, dieses Konditionierte kommt dann durch, so diese Verbindung wieder wegzunehmen, nein, dass die Hände da, wo sie sind. Bleib in der Verbindung mit deinem Körper, mit dir. Und das wirklich, das mal aufrecht zu erhalten, dass ich fasse mich an, ich bleibe in dieser Verbindung, ist zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Part. Weil man kann sie auch einfach mal selber fragen, wie oft fasse ich mich selber überhaupt bewusst an? Nach dem Motto, eincremen. Ist ja gerade Sommerzeit, schruppe ich mir jetzt zum Beispiel die Sonnencreme einfach so drauf, so, fertig? Oder genieße ich das vielleicht auch einfach meinen Körper zu berühren und nehme mich wahr? Das sind zwei riesengroße, verschiedene Paar Schuhe. So. Und das kann man auch probieren. Das kannst du heute auch direkt machen, Graf. Du kannst. Nicht noch achtsam mit so einem Creme eincremen. Ja, zum Beispiel achtsames Duschen. Das ist eine der Lieblingssachen, die ich meinen Coaches mitgebe. Was macht das? Achtsames Duschen ist zum Beispiel, dass du guckst, auf welches Duschbad hast du Bock. Dass du nicht einfach irgendeines greifst, was gerade da ist, weil es da steht, sondern du schnupperst da vielleicht erst dran. So ein Motto, riecht das heute für mich angenehm. Und dann gehst du in deine Dusche rein, machst in die Temperatur, so wie sie für dich wohl anfühlt und du seifst dich dann halt wirklich ganz entspannt halt wirklich mit Liebe und Achtsamkeit dann zum Beispiel einfach ein. Und du nimmst deinen Körper wahr über deine Haare, die du hast, über den Leberfleck, den du vielleicht wahrnimmst, über was, ob du vielleicht, ich habe auch irgendwo eine Narbe an deinem Körper. Einfach so, okay, das ist da, das bin ich, das ist mein Körper. Und du hast in der Duschen für dich sehr viel anders als einfach auf das Vagok achten, weil du hast jetzt gerade einen sehr spannenden Satz gesagt, nämlich liebevoll und achtsam. Das klingt ja nicht nur nach Vagok, das klingt ja so, als ob etwas anderes mit drin wäre. Es ist wirklich dieses mich selber wahrnehmen und nicht dieses dann Be- oder Verurteilen. Also ich glaube, das ist auch vor allem ein sehr krasses Frauenthema. So nach dem Motto, ich gehe jetzt über meine Beine drüber und denke mir so, ah, fuck das, jetzt die Zellulite. Ey, lass doch die Haut gerade einfach mal raus ein. Einfach nur, nimm es einfach nur wahr. Und nicht nach dem Motto, beinahe eigentlich dann, oh, ich müsste eigentlich jetzt gerade rasieren oder so. Lass es einfach mal so, wie es ist. Und da geht es ganz schnell in diese Be-Urteile oder Verurteilung von irgendwas rein. Statt es einfach so, ich nehme mir einfach wirklich mal achtsam wahr, wer ich bin. Und ich nehme einfach meinen Körper einfach mal wahr. Würdest du sagen, das ist dann so etwas wie wahrnehmen ohne bewerten? Ja. Du weißt, dass das sau schwer ist. Ja. Ich weiß. Ich meine, das ist natürlich cool, wenn man Leuten so einen Tipp gibt, auch immer so einen Tipp für zu Hause, wahrnehmen ohne bewerten. Wo andere sagen, dafür meditiert man meistens 20 bis 30 Jahre, dass man das kann. Kennst du eine Abkürzung? Die Abkürzung ist, dass einfach sich mal als ein Geschenk zu sehen, also sich selber als ein Geschenk zu sehen. Ich sage mal, ich habe dieses Geschenk sehr früh erfahren dürfen, müssen, weil ich schon sehr, sehr früh schon diese Erkenntnis hatte, okay, ich sage vielleicht fast Tschüss und habe dann das für mich sehr krass wahrgenommen, dass ich ein Geschenk habe, dass ich leben darf. Also du meinst, ein Geschenk für dich selber zu sein? Ja. Bist du ein Geschenk für dich? Ja, und dass ich überhaupt leben darf. Dass ich ein Geschenk für mich bin, dass ich überhaupt leben darf, also dass ich existiere, allein, dass man existiert, ist ein mega krasses Geschenk, weil da müssen ja so viele Anführungsstrichen Zufälle zusammenkommen, dass wir beide jetzt hier wirklich existieren und sitzen, also das wirklich mal aus, sagen wir mal Luft, so Materie dann wurde, die jetzt hier zu einem Fleischplops wurde. Das ist so verrückt, dass obwohl wir so unfassbar viel heute wissen in unserem technischen Zeitalter, die Stelle, wo quasi tote Materie zu leben wird, die können wir nach wie vor nicht benennen. Was ist das für eine Stelle, wo Leben beginnt? Das ist eigentlich faszinierend. Und das ist mega faszinierend und das einfach mal sich selber als ein Geschenk zu sehen und dass man existiert und jetzt mal drauf geschissen, ob ich jetzt die perfekte Haut habe, ob ich den perfekten Körper habe, verdammte Axt, du existierst. Du bist gerade in diesem Moment, zu diesem Tag, zu dieser Uhrzeit, bist du einfach gerade hier. Und das finde ich unglaublich wertvoll und das ist so mein Tipp für dieses es ist jetzt einfach mal okay. Ich bewerte es jetzt einfach mal nicht, sondern es ist jetzt einfach mal okay, weil ich weiß, das hier ist gerade ein Geschenk. Also ich muss gerade sehr berührt an Frau Birkenbiel denken, mit der ich ja hier zusammengearbeitet und die hat ein Seminar gegeben, da ging es um Zukunft, weil die war ein enormer Science-Fiction-Fan. Und dann kam eine Publikumsfrage, Frau Birkenbiel, würden Sie sich klonen lassen? Und dann fingen sie an laut zu lachen und meinte, sind Sie verrückt, diesen Körper, unter dem ich mein Leben lang gelitten habe, auch noch zu verdoppeln und dann meinte sie, sie wäre eventuell bereit, ihr Bewusstsein quasi auf den Datenträger zu laden, aber wenn die ihren Körper hätte loswerden können, wäre sie die erste gewesen, die gesagt hätte, weg damit, lass mich reiner Geist sein. Also, ich will damit sagen, das achtsame Wahrnehmen des eigenen Körpers kann auch wiederum in Abgründe stürzen. Und die Birkenbiel war wirklich eine Schmerzensfrau, also die hat körperlich echt viel zu tragen gehabt. Und ich glaube, da beginnt es, einfach sich selber mal wahrzunehmen und diese Verbindung zu sich zu kommen, weil ganz ehrlich, kein Mensch geht es jeden Tag mega gut mit seinem Körper. Ich meine, kannst du das? Kannst du dich wahrnehmen, auch an Tagen, wo es dir schlecht geht und dich dann trotzdem als Geschenk empfinden? Ich habe es gelernt tatsächlich. Ich habe mich viel mit dem Thema Schatten, also meiner größten Herausforderung, Schattenthema war Schwäche. Ich habe Schwäche und ich Katastrophe. Ich habe dir ja gesagt auf dem Kongress, ich habe noch nie so einen Schatten, Schatten wie dich. Immer wenn du von Schatten redest, denke ich mir, wer redet da von Schatten? Aber meiner, meiner Schatten, die ich wirklich erkannt habe, ist das Thema Schwäche. Und da habe ich mich immer sehr krass verurteilt. So, wenn ich irgendwie krank war oder was ich nicht arbeiten konnte oder vielleicht irgendwas nicht so ganz, ganz, ganz krass. Ich weiß auch, woran das liegt. So, habe das auch dann so für mich erkannt. Also, okay, es ist auch einfach mal okay, wenn du gerade nicht funktionierst. das war am Anfang so Hardcore-Gewöhnung gewesen über, nein, du bleibst jetzt einfach mal entspannt liegen. Nur weil es dir jetzt gerade wieder ein Prozent besser geht, musst du jetzt nicht aufstehen und Staub saugen. Chill. Es ist wirklich Lernen. Es ist wirklich Lernen, weil man ist ja... Das klingt so, als ob du dich mit Härte und Disziplin zum Entspannen gebracht hättest. Das wusste ich wirklich Lernen, weil für mich war Schwäche eines der Dinge, die ich so abgrundtief verurteilt habe. Also, an anderen Menschen und an mir. Das ist auch meine Beobachtung. Bei anderen stört einen meistens ja auch das, was man sich selbst auch nicht mag. Ja, also, das war einer der Punkte, wo mir das sehr, sehr schwer gefallen ist. Aber ich weiß aber auch dann reflektiert, was ich mir damit auch teilweise angetan habe. Ich meine, mein Körper hat nicht irgendwann mal bewusst, nicht umsonst dafür mal entschieden, dass er mal irgendwann sagte, so mit 19, du kriegst jetzt Mobus Crohn. So, hat er auch seine Ursache, warum, so wieso, sich das so entwickelt hat. Und ich glaube aber für mich zum Beispiel auch, dass ich darüber auch ein Geschenk bekommen habe, dass ich viel mehr den achtsamen Umgang mit mir bekommen habe, über was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Dass ich jetzt zum Beispiel gerade mal einen Kaffee trinke, jetzt gerade völlig sehr genutzt, wo mich an der Kaffeemaschine so geflasht hat. Und wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit meiner Ernährung um? Wie gehe ich so mit meinem Körper um? Und das so Stück für Stück sich wirklich mit sich selber in Verbindung reinzukriegen, ist nicht einfach. Das würde ich niemals behaupten. Also jeder Coach und jeder Guru dieser Welt, die irgendwas immer von Leichtigkeit und Freude scheinen erzählen, das ist in meiner Welt, ich sage es immer so wie es ist, der größte Bullshit. Es dauert einfach seine Zeit. Manche Sachen sind einfach umzusetzen, manche brauchen ein bisschen länger und manches geht dann auch leicht von der Hand und deswegen habe ich zum Beispiel auch den Chakra Talk entwickelt, weil ich bin ungeduldig. Und ich habe mir überlegt, was kann ich tun, um eine Abkürzung zu basteln für diese Konditionierung, wo dir sonst viele sagen, Konditionierung aufzulösen, brauchst du bis zu sieben Jahre. Und ich denke mir so, Alter, sieben Jahre, was passiert da jetzt in sieben Jahren? Nee, es muss irgendwie auch schneller und einfacher gehen und in einer schönen Verbindung und so kam ich dazu, auch dann mein Bibi sozusagen zu kreieren, zu sagen, wenn ich ja weiß, wie ich mich normalerweise anfühle, dann habe ich ja einen Kompass, dann habe ich eine Orientierung und wenn ich dann mal von meiner Route abweiche, kann ich mich immer wieder auf meinen Kompass, den ich ja in mir drin dann habe und weiß, wie der sich anfühlt, wieder daran orientieren, um mich wieder neu zu justieren auf meinen Ursprung. Und das finde ich einfach mega hilfreich, weil wenn ich mich wieder daran erinnere, jetzt zum Beispiel, ich gebe dem Bild. Lass mich mal ganz kurz einhaken, weil da bin ich jetzt mit meinem Modeling-Ohr hängen geblieben. Der Mensch, den du beschreibst, bei dem dürfte das eigentlich nicht klappen, weil du hast von einer Person geredet, die vielleicht durch Lebensumstände den Kontakt mit sich verloren hat und das körperlich nicht gut geht. Wenn du der Person jetzt sagst, nimm dich selbst wahr, sei achtsam und die nimmt sich wahr, dann ist das doch nicht der Nullpunkt. Das ist sozusagen quasi schon, daran kann sich das doch nicht messen. Du kannst doch auf den Punkt deinen Kompass nicht eichen. Davor kommen ja noch ein paar Schritte. Ach so, du hast das richtig ausgelassen. Also dazwischen sind noch so ein paar Schritte, also erstmal dieses, weil die erste Wahrnehmung ist doch dann was Negatives, wenn man das spürt. Und das ist total spannend, also zum Beispiel, das kann sehr unterschiedlich sein, in diese Verbindung mit dem Energiezentrum dann reinzugehen, dann kommt erstmal so eine erste Schicht. Und da können tausend verschiedene Sachen wahrgenommen werden. Und da habe ich auch ganz viel zum Beispiel mit den Submodalitäten um zu gucken, was nimmst du wahr, also vielleicht Form, Farbe, Druck, also diese ganzen Geschichten so ein bisschen abtasten. und dann ist erstmal dieses Erste und das fühlt sich meistens so nicht so ganz gut an. Naheliegend, ne? Das ist manchmal so eher so, äh. Und dann kommt schon der erste Switch rein. So, was kannst du jetzt zum Beispiel verändern? Zum Beispiel, welche Farbe würde dir eher gut tun? Farbe verändern. Kannst du die Form vielleicht noch anpassen? Bei einem auditiven Menschen zum Beispiel die Melodie da zum Beispiel mit anzupassen. Und da kommt zum Beispiel dieser erste Switch, dass da ein bisschen Ruhe ins System reinkommt. Und eine Vertrauensbasis, dass man auch, sagen wir mal, sich traut, in dieses Energiezentrum wirklich reinzugehen. Und dann kommt dieser Moment so und jetzt springt durch das Gefühl, was du jetzt hast und jetzt springt da mal hindurch. Und dann... Das heißt, du baust erst mit NLP-Techniken, Submogalitäten aus dem Gefühl erstmal ein so gut wie es jetzt geht Gefühl auf, dass du dich mal ein bisschen höher machst und damit arbeitest du dann. Genau. Und da ist sozusagen dann der Sprung hindurch und das Faszinierende ist, ich glaube, dass die meisten dann zum ersten Mal in ihren großen inneren Raum der Weite reinkommen. Ich finde die Metapher sehr spannend. Ich frage nochmal nach, was heißt, spring da durch. Also wirklich so... Das ist eine spannende Metapher. Ja, spring da durch, geh da durch dieses Gefühl hindurch, spring da hindurch. Und wirklich so, das, was dann da ist, hast du ja auch was mal geschaffen. Aber das ist trotzdem noch ein Teil der Konditionierung. Das ist wie... Das heißt, du springst durch diese dünne Papierwand nochmal hindurch, dann die du da hast. Ein Zentrum nimmst du, Kehle, Herz, wie auch immer, machst das so gut wie möglich mit Submodalitäten und dann gehst du rein und durch. Ja. Und nimmst wahr, was danach kommt. Genau. Und deine Beobachtung ist, es ist eher was Gutes, was dann kommt. Das ist so mega schön. Das ist mega, mega schön über dieser große innere Raum der Weite, ist es dann teilweise, über einfach nur ein Wohlgefühl von, oder es ist ein Gefühl von, ich fühle mich auf einmal grenzenlos. Und dann wirklich dann so mit reinzugehen in das Gespräch dann wirklich mit diesem Energiezentrum. Jetzt kommt nämlich erst der Talk. Jetzt kommt der Talk. Weil jetzt bist du auch wirklich da erst drin. Weil davor ist konditionierter Gekäse, mit dem brauchst du nicht zu arbeiten, das ist Schwachsinn. Das ist irgendwelche anderes Müll, den braucht man nicht. Und dann da in diesen Talk dann reinzugehen, was sind so die Botschaften? Was ist oder was dahinter so irgendwas ist? Und da immer weiter und rein und reingehen und irgendwann kommt dann so ein Geschenk, was das Energiezentrum hat. Und das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, was du halt arbeitest. Es kann sein, dass ich im sakralen Zentrum komme, dann dieses Geschenk von, ich will, dass du mir einen geilen Sex hast. Was auch immer, weil es auch das Zentrum von Lust ist und sexueller Energie. Und das kann zum Beispiel für jemanden, der auch ein Thema hat über, mir fehlt vielleicht jetzt gerade so die Lust irgendwie oder irgendwas oder mir fehlt vielleicht das Thema Lebensfreude, kann da zum Beispiel dieser Aufplop-Moment sein. Und da ist dann diese Magie. Und da ist dann dieses ursprüngliche Gefühl versteckt. Diesen Talk, machst du den dann so frei Schnauze oder nach bestimmten Vorgaben? Also als NLP denkt man natürlich jetzt über die Six-Step. Es ist, also ich habe da schon so meinen Ablauf, den ich da so entwickelt habe, wobei ich gestehen muss, als ich ihn das erste Mal gemacht habe, war der voll intuitiv, so on fly. Der war nicht intuitiv, der kam aus dem Schatzkammel deines Unbewussten. Ja. Das war ein Geschenk. Das war definitiv ein Geschenk und dem bin ich einfach gefolgt und danach habe ich den dann so, ich habe den währenddessen auch so ein bisschen so mitgeschrieben, so Sachen und habe den dann auch so für mich dann so runtergeschrieben und der hat so seinen Rahmen. Aber wie in jedem Coaching oder je nachdem, was dich er zeigt, kann es immer passieren, dass du mal eine Abweichung drin hast. Gibt es da irgendeine Stelle, wo du sagst, die kann man einzeln rausnehmen, als Beispiel mal so in die Welt sie zu tragen? Das ist so ein Stück Dialog, exemplarisch für die Schönheit des Prozesses. Lass mich kurz überlegen. Also muss nicht, weil es kann ja sein, dass manches nur im Zusammenhang sind, aber vielleicht fällt dir eine Stelle ein. Ich glaube, eines der ersten Geschenke ist schon direkt beim Einstieg, bei diesen hypnotischen Trance. Ich habe jetzt das erste Geschenk, was da ist, so mit der Hand, was ich auf dem Energiezentrum dann so haben, wie ich es sein mag und dann einfach so in der Verbundenheit zu sich und dann zu hören, es ist alles okay, so wie es ist und du hast schon unglaublich viel in deinem Leben bewirkt und du hast schon so viel gelernt und so viel für dich möglich gemacht und du hast schon so viel Weisheit in dir und jeder Gedanke, der da kommt, lass den auch einfach so kommen und was wichtig ist, kommt dann auch später wieder und du bist schon immer verbunden mit den Energiezentren, die du in dir hast, die du da in dir trägst und du darfst einfach dich dafür öffnen, diese Geschenke zu empfangen und du bist verbunden damit und du bist genauso, wie du bist, bist du wundervoll und total geliebt und darfst dich für den Prozess öffnen und ich glaube, das ist schon ein schönes Geschenk, einfach von Anfang an zu hören, dass man von Geburt an einfach ein unglaubliches Geschenk ist. Das stimmt, einige Leute aus dem Audio rausschneiden und sich anhören. Das heißt, in deinem Chakra Talk gibt es dann auch sozusagen Texte, die du dem Energiezentrum in den Mund legst? Sozusagen, also ich persönlich finde es unglaublich schön, selber auch mal zu hören, was man eigentlich für ein Geschenk ist und dass man das schon immer ist und dass man wirklich alles in sich drin trägt und dass es auch alles okay ist und dass man sich auch einfach mal da reingehen, treiben lassen darf und dass auch alles gut ist so und das einfach in dem Moment dann sein zu dürfen. Also ich meditiere selber sehr viel und ich merke auch einfach, je nachdem, wie natürlich auch die Stimme so mitgespräche und was jetzt auch so ein Text, der teilweise so ist oder so, dann öffne ich mich mehr mit hinein oder vielleicht auch weniger. Deswegen finde ich zum Beispiel für mich so wichtig, das in einer totalen Liebe und Anerkennung zu machen für den Menschen. Weil der Mensch, der vor mir sitzt, macht mir ja auch ein riesengroßes Geschenk. du führst die Leute dann da durch in deinem Coachings. Genau. Wenn das so individuell ist, nach der Jungen Design Chart, konntest du dann mit den Leuten in Seilisheim den Prozess gar nicht machen, oder? Nope. Das heißt, die haben nur Theorie von dir gehört? Die haben ein bisschen Theorie von mir gehört und ich bin ja auch mit denen so durch die einzelnen Energienzahne so durch. Ich habe ja auch so meine Chart so gehabt und habe auch so mal so Qualitäten von dem Energiezentrum so ein bisschen mit reingeben, dass jeder schon mal so eine Idee davon bekommt. Was, also, die haben ja unterschiedliche Aufgaben und so Qualitäten so in sich drin. Für was das Energiezentrum eigentlich steht? Dann auch so eine Impulsfrage so mal ein bisschen mit reingegeben, um dafür zum Beispiel auch mal für sich zu reflektieren. Wie steht es da eigentlich mit mir? in meinem Energiezentrum? Ich meine, wir haben neun Zentren, vielleicht kannst du eins. Eine der Sachen, die ich mit am heftigsten finde, so am heftigsten, ist zum Beispiel das Thema mit dem Qi-Center, also unser persönliches Gotteszentrum, Identitätszentrum, weil das ist auch das Zentrum für das Thema Selbstliebe und Richtung im Leben. Und über das Qi-Center steht das auch sehr viel in den Beziehungen in meinem Leben, die ich habe. Und eine der, die Fragen, die ist, sag ich mal, im Coaching ziemlich heftig, so reflektiere einfach mal für dich, wie sind die Beziehungen in deinem Leben? Denn die Qualität deiner Beziehungen sind der Spiegel für die Selbstliebe zu dir selbst. Kurz gefasst, umso mehr toxische Beziehungen du in deinem Umfeld, in deinem Leben hast, umso mehr vergiftest du tagtäglich die Liebe zu dir. Und das ballert schon ordentlich. Also nach dem Motto, wenn ich vielleicht eine Partnerschaft habe, wo ich mir denke, so holy shit, wenn ich vielleicht eine Arbeit habe, wo ich mir denke, so ach du Alarm und meine beste Freundin oder beste Freund hat mich auch gerade in den Wahnsinn, dann sollte ich mir überlegen, was tue ich mir da tagtäglich an. Weil das ist so dieses typische, ach dieses bisschen Gift kann ich täglich so ein bisschen trinken. Das bringt mich nicht um. Nein, tut es nicht. Also, wenn du dich täglich so ein bisschen mit einem Partner zoffst oder mit einer Partnerin, es bringt dich nicht um. Aber dieses ich nehme jeden Tag so ein bisschen von den Giftfläschchen bringt mich nicht um. Aber es tötet jeden Tag ein bisschen zu der Selbstliebe zu mir. Du siehst mich skeptisch gucken. Ja, weil das ist auch so ein Trendbegriff, die toxischen Beziehungen. Ja, das ist ein bisschen so für Mainstream. Im Grunde machst du damit Beziehungen das, was du gerade gesagt hast, das du mit deinem Körper nicht machen möchtest, du bewertest. Also könnte man die Beziehung nicht auch einfach wahrnehmen, so wie sie ist? Ich meine, so wie du hier sagst, irgendwie scheiß Zellulite, hast du dann da scheiß Beziehung? Ja, das Ding ist ja, zum Beispiel, es geht ja auch viel darum, du hast ja, du hast ja einmal deinen Körper, den du hast, du hast deine Emotionen, du hast deine Intuition. Und du hast zum Beispiel vielleicht intuitiv, wenn du schon nur an die Arbeit denkst, kommt dir so ein komisches Gefühl im Bauch. Du bekommst vielleicht Magenschmerzen, du bekommst vielleicht Kopfschmerzen, also viele körperliche Symptome auch so ein bisschen rein. Und deine Intuition sagt dir zum Beispiel so und dann quälst du dich da aber hin, zum Beispiel zu der Arbeit. Dann ist es ja wirklich schlau, zum Beispiel in diesem Moment, auch da bewusst hinzugucken und zu schauen, was macht das mit mir? Und das auch dann wirklich bewusst wahrzunehmen, was macht das mit mir? Gibt mir das gerade eher so ein Gefühl von Freude? Oder macht das mir eher so ein Gefühl von, es nimmt mir die Luft? Und das hat ja auch was damit zu tun, ich nehme das bewusst wahr. Und allein über die Wahrnehmung schon zu gucken, wird mir schlecht davon oder gibt mir das gut? Habe ich ja dann eher so dieses Gefühl so, was macht das für mich? Und das heißt dann nicht, dass man das sofort als, jetzt mal ein ganz doofes Beispiel, wenn ich zu viel Alkohol trinke, weiß ich von vornherein, wahrscheinlich wird es mir schlecht gehen. Deswegen trinkt man ihn ja. Man will ja die erste Phase zu schlecht gehen, will man ja absichtlich und die zweite nimmt man in Kauf. Ja, das nimmt man in Kauf. Also ich nehme dann zum Beispiel das bewusst in Kauf. Also ich nehme mir zum Beispiel bewusst wahr, ich habe jetzt in diesem Moment Freude und es ist für mich okay, dass es mir morgen scheiße geht, aber dann fährte ich einen witzigen Abend. Das ist dann auch okay, aber ich nehme es bewusst wahr. Ich beurteile es ja trotzdem so ein Stück weit und lege dann für mich ab, möchte ich das jetzt in Kauf nehmen, dass ich morgen eine Karte habe? Ja, nein. Und das ist ja auch in gewissen Situationen, das ist ja auch wichtig. Möchte ich das in Kauf nehmen, was ich da gerade habe? Ja, nein. Zum Beispiel nach dem Motto, du hast jetzt vielleicht einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin, die dir aktuell überhaupt gar nicht gut tut. Dann kannst du sagen, okay, ich nehme es gerade bewusst in Kauf, weil es mir gerade meine Brötchen finanziert. Gleichzeitig nehme ich aber bewusst wahr, was wird mir dadurch möglich? So, was mache ich denn mit diesem Geld? Warum stehe ich morgens auf? Diese berühmte Frage. Ich höre mal trotzdem an, weil ich finde, dass in dieser Formulierung toxische Beziehungen, wenn ich die oft höre bei Leuten, zwei Sachen vermischt werden, die sagen, es ist eine toxische Beziehung, was sie eigentlich meinen, es ist ein toxischer Mensch. Weil Beziehung würde ja bedeuten, beide Seiten tragen was dazu bei. Aber wenn ich höre, toxische Beziehung, ist es meistens nur die Erlaubnis, da irgendwie auszusteigen und abzugrenzen, was da richtig verkehrt ist. Aber es ist dann im Grunde keine toxische Beziehung, sondern ich schiebe das auf den anderen. Du bist giftig. Ich sage es mal so, also in meiner Welt gehören so eine Beziehung immer zwei. Also würdest du sagen, auch bei einer toxischen Beziehung hast du auch Karten mit drin, oder? Ja, natürlich, weil ich lasse es ja zu. Mal nach dem Motto, ich lasse es zu, dass ich jeden Tag schlecht behandelt werde. Bin ich aber auch ein Mitspieler, weil ich tue ja nichts. Also lasse ich es ja dazu, dass mit mir vielleicht schlecht umgegangen wird. Also bin ich ja jemand, der mitspielt. Vielleicht nicht optimal, so, im Rahmen dessen, was ich eigentlich tun könnte, aber ich mache nichts. Also spiele ich dieses Spiel ja mit. Also für mich sind da immer zwei Menschen mitbeteiligt. Wenn du jetzt eine Beziehung als toxisch benennst, bedeutet das für dich dann eher aus der Beziehung raus oder eher ich will die Beziehung ändern? Ich glaube, es kommt ein Stück weit auf die Beziehung so mit drauf an und wie die auch im Zusammenhang so gesamtheitlich so mitsteht. Ich weiß, ich habe schon auf jeden Fall toxische Beziehungen in meinem Leben gehabt. Manche sind sehr ursprünglich. Wo ich mich zum Beispiel bewusst auch dafür entschieden habe, da eher in die Distanz reinzugehen, weil das einfach für mich gesünder ist. So, und dann habe ich aber auch schon Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich meinte, okay, so funktioniert es jetzt für mich nicht weiter. Und ich bin dann in diese Stärke reingegangen und in dem, okay, ich gehe in meine Rolle rein als Mensch, als Frau und sage, was ist mir wichtig? Was möchte ich? Weil das Ding ist ja, mal angenommen, ich ziehe jetzt, ich beende jetzt einfach nur die Beziehung. Mal angenommen, du und ich hatte jetzt eine Beziehung und die ist vielleicht nicht optimal, weil wir beide über unsere Grenzen jedenfalls hinweg gehen. Und ich habe jetzt einfach nur Abhaue von dir und dann gehe ich aber zum nächsten. Habe ich das Thema ja trotzdem noch nicht geklärt. Das nächste Mal wird es ja in der Beziehung wieder genauso. Das hat dann auch Schwachsinn. Das heißt, über kurz oder lang, alles was wir, also das ist meine persönliche Erfahrung und mache meine mit dazu, alles was wir irgendwo immer wieder gezeigt bekommen, sind ja Themen, mit denen wir uns irgendwo mal beschäftigen dürfen. Und wenn ich dieses Thema dann halt auch mal nicht angucke, was mir dann irgendwie halt von meiner Seele hingelegt wird, dieses Geschenk so, guck dir das jetzt bitte an. Mach es jetzt auf, beschäftige dich jetzt damit. Dann nimmst du es jedes Mal wieder aufs Neue mit, halt nur in einer anderen Verpackung. So, und deswegen ist es ja auch zum Beispiel wichtig, Dinge zu erkennen, wie stehen auch meine Sachen im Zusammenhang. Und deswegen ist zum Beispiel auch mit dem Chakra Talk und dieses Gefühl reinzugehen, wie fühle ich mich normalerweise an? Kann ich dann auch eher das Gefühl reingehen, wie möchte ich mich mit diesen Menschen fühlen? Und dann könnte ich dir zum Beispiel sagen, hier Ralf, mir ist es wichtig, dass du mir besser zum Beispiel aktiv zuhörst. Dass du zum Beispiel eher darauf achtest, was ich, deinen Teller in die Spülmaschine reinzustellen, weil es hat für mich was mit Wertschätzung zu tun. Weil dann fühle ich mich von dir wertgeschätzt. Und dann kann ich mich an mein Gefühl, wie ich mich fühlen möchte, orientieren, um damit in die Kommunikation zu gehen. Ist für dich also ganz stark ein Feedback-Instrument. dein eigenes Gefühl? Total. Total. Weil, wenn ich ja weiß, wir haben permanent irgendwelche Emotionen. Wir sind ja irgendwie immer so da. Manche sind halt sehr stark wahrnehmbar, was ich beim Achterbahnfahren so, oder ich gucke gerade einen tief traurigen Film und flennen. Also, wir haben permanent irgendwelche Emotionen on stage. Manche sehr intensiv, manche ein bisschen low. Und manchmal haben wir auch eher so ein bisschen unseren neutralen Modus, weil der halt gerade am besten so funktioniert. Aber über unsere Emotionen und dieses intuitive Gefühl, was fühlt sich für mich gut an? Jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Bevor jetzt wir hier zwei jetzt hier sitzen konnten, saß ich erst auf drei Positionen. Wo fühle ich mich wohl mit meinem Körper? Und haben wir uns dann für diese Situation hier entschieden. das war ja auch zum Beispiel schon, ich fühle da, wo fühle ich mich wohl? Und dann zum Beispiel zu gucken, wie fühle ich mich dann auch mit dir? Was können wir jetzt und gucken, das ist ja alles schönes von Gefühl her und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wenn wir mehr in Verbindung mit uns sind, mit dem, was sagt mir mein Körper zum Beispiel? Was sagt mir meine Intuition? Was sagen mir so meine Emotionen? Dann bekomme ich einfach mehr Ruhe in mein ganzes System. Deswegen sage ich mal auch gerne so Ruhe im System, um dann auch für mich klügere Entscheidungen treffen zu können, die sich für mich auch gut anfühlen. Sie ergeben vielleicht nicht immer unbedingt Sinn. Aber sie fühlen sich gut an. Das finde ich total wichtig, weil es muss nicht alles sofort einen Sinn ergeben. Manchmal kommt das erst auch erst später. Manchmal ist es einfach so intuitiv. Also ich will mal sagen, wir hatten ja vorhin einen Butterfly-Effekt-Modus gehabt, dass ich heute hier sitze in einer Anreihung von verschiedenen Impulsen, denen ich mal gefolgt bin. Dass ich mich zum Beispiel für Stefan Nansiel entschieden habe, da die Ausbildung zu machen, war komplett intuitiv. So ein Motto, oh, die Stimme klingt ganz nett. Passt. Nehme ich. Geh ich hin. Sieht sympathisch aus. Das war total intuitiv. So. Und jetzt so ein bisschen später, durch diese Anreihung von Entscheidungen, sitze ich jetzt zum Beispiel heute hier bei dir. Und das war zum Beispiel mal ein ganz intuitiver Impuls, dem ich gefolgt bin. Mein Chakra-Talk war auch erst mal so ein intuitiver Impuls, so eine Idee, die da reingekommen ist und dem ich gefolgt bin. So. Und deswegen glaube ich, wenn wir da mehr in Verbindung mit uns sind und ich dann so diese Aussage in mir treffen kann, ich bin mir sicher und ich vertraue mir und ich vertraue in meiner Richtung, die ich irgendwie spüre. Ich kann es vielleicht nicht logisch erklären, aber es fühlt sich für mich richtig an, diesen Weg zu gehen. Manchmal gibt es dann erst oder später so, krass, weil ich das und das entschieden habe, ist auf einmal das jetzt passiert. Ich habe dir gesagt, ich höre gerade dieses Hörbuch. Das ist jetzt die größte Frage der Philosophie seit ein paar Jahrtausenden. Gibt es so etwas wie einen freien Willen? Bestimmen wir unseren Weg selber oder ist er bereits bestimmt? Also folge ich da etwas, was mir im Grunde vorgezeichnet ist, wo es mich hinführt oder habe ich wirklich die Möglichkeit, irre zu gehen so weit in eine Richtung? Also es ist erstaunlich, dass diese Frage jetzt wieder aktuell über die Hirnforschung kommt. Also die Frage kommt alle paar hundert Jahre im entsprechenden Wissensstand neu und aktuell ist ja, dass irgendwelche Hirnforscher angeblich festgestellt hätten, dass bevor du einen Impuls glaubst zu denken, hat ihm dein Gehirn schon gedacht. Und es gibt auch Forscher, die sagen, dass dein Körper das schon als erstes, allererstes hatte. Ich habe zum Beispiel, das fand ich total genial. Ich habe ja auch schon mal mit Mimikresonanz beschäftigt und das ist total faszinierend, Thema Gesichtsausdrücke, bevor du das wahrnimmst, ist dein Gesicht viel schneller als das, was du dann ins Gefühl hast? Und ich mir so, krass, wie schnell ist denn mein Körper unterwegs? Also hast du jetzt einen freien Willen? Also ich habe mir schon die witzigsten, ich habe auch mit meinem Freund schon die ultra witzigsten Gespräche geführt und da gibt es ja auch Theoretiker über die sagen, der eine, das finde ich total crazy, sagt, wir leben schon gar nicht mehr und wir sehen bloß unsere Erinnerung von unserem Leben. Total spooky. Ja, total spooky. Dann was ich manchmal so als Dinge, denke ich mir so, hm, vielleicht sitzen da trotzdem noch irgendwelche Superguru-Götter irgendwo rum und wir sind irgendwie so Schachbrettfiguren und die machen hier so ein witziges Ding. Dann... Kommt auch noch ein nettes Bild. Ich fand die beiden jetzt nicht so gut. Also irgendwas Schönes zum Nachhausegehen. Also was Schönes vom Nachhausegehen ist, glaube ich, ähm, wirklich nur mal diese Brücke, auch zum Beispiel vielleicht fürs Human Design auch so ein bisschen zu schlagen ist. Da gibt es ja auch dieses Inkarnationskreuz, was so ein bisschen deine Aufgabe ist und, ähm, ich glaube, dass jeder Mensch von uns ein Geschenk bekommen hat und auch eine Seelenaufgabe bekommen hat, warum er heute so ist, wie er ist, warum er so inkarniert ist, warum er genau diese Ursprungsfamilie hatte, warum gewisse Sachen passiert sind, die passiert sind und dann vielleicht erst Jahre später irgendwie einen Sinn und einen Grund ergeben und man dann sagen kann, okay, vielleicht Jahrzehnte später so, es ist okay, dass da mal diese ganze Scheiße passiert ist, weil diese ganze Scheiße passiert ist, deswegen, ich liebe zum Beispiel auch Tony Robbins, weil das ist dann so sehr, mein Vorbild, okay, er hat auch ganz viel Scheiße erlebt, das ist eine gute Grundlage und dann sagen, es ist okay und ich nehme jetzt einfach dann mal das an, was ich bekommen habe, weil dahinter liegt ein Geschenk, wenn, ich sage jetzt mal ganz bewusst, wenn, ich mich dem öffne, was meine Potenziale da sind, wenn ich mich mal mit mir beschäftige, wenn ich mal mit mir in Verbindung gehe und da gibt es ja tausend verschiedene Möglichkeiten, wie ich mal mit mir in Verbindung gehen kann und dann ist, glaube ich, sehr viel möglich, um wirklich, und wenn unsere Seele eine Idee hat, warum wir hier sind und da gibt es vielleicht eine Seelenaufgabe, glaube ich nicht, dass das eine Bullshit-Seelenaufgabe ist, sondern immer ein Geschenk für einen selbst oder vielleicht für andere Menschen oder vielleicht für ganz viele Menschen, ich bin zum Beispiel auch so ein Fan von Albert Einstein, verrückter, geiler Typ, unglaublich toll, ich meine, was ein einzelner Mensch alles aus einem verrückten Gedanken passieren kann, ist Wahnsinn, das ist unglaublich Wahnsinn und so großartig, so großartig, also einfach, ich glaube, das Schönste, was man sich selber schenken kann und anderen Menschen ist, seinen inneren Stimme, seinen inneren Impulsen so mehr zu vertrauen, wirklich dieser inneren Richtung, die mich da so zieht, aus meinem inneren Kompass, aus meinem inneren G-Center sozusagen und mich diesen Weg führen, mitzugehen und da für alle Überraschungen, die wir da so haben können, die mitzunehmen und ich glaube, das Wichtigste ist, dass egal, zu welchem Moment ich in meinem Leben mal sage, schön, dass ich da war, dass ich in dem Moment sagen kann, es ist okay, dass ich jetzt einschlafe. Das ist zum Beispiel für mich einer der wichtigsten Punkte zu sagen, egal, wann ich mal dahin scheide, zu sagen, es ist okay, ich kann jetzt sofort umfallen und es ist okay, weil es passt für mich. Also würdest du sagen, egal, ob es nur eine Erinnerung an gelebtes Leben ist, ob die Götter dich von oben oder ob es ein freier Wille ist, aber es ist gut, oder? Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut und jeder von uns kann einen teuren Beitrag leisten, groß und klein und wir alle haben den Einfluss und ich glaube, eine der wichtigsten Dinge ist, um das von vorne mit aufzunehmen, auch wenn ich vielleicht nicht diese krass riesengroße Sonne bin, auch jedes kleine Licht ist unglaublich wertvoll, weil es für jemanden anders die riesengroße Sonne sein kann. Ich habe mir das vorhin schon überlegt bei diesem Bild. Der Sternenhimmel, das sind alles riesengroße Sonnen. Ja. Das sind zwar nur so kleine Pünktchen für uns, aber das sind im Grunde riesengroße Sonnen. Die meisten sogar viel größer als unsere Sonne. Ja, deswegen, also du kannst ja, ich liebe jetzt zum Beispiel auch dieses Buch Hühnersuppe für die Seele. Ja. Und das ist so schön. Das ist so wunderschöne Gute-Nacht-Lektüre. Also so nochmal ein paar vorm Schlafengehen zu lesen, das ist echt wirklich so seelisch streichelt. Das ist so unglaublich schön. Und da sind ja mal an den Storys drin, was aus einem kleinen Moment, wo du jemanden einfach nur mal zu dem nett warst, dem liebe Worte gesagt hast, dass für diesen Menschen das der Impuls gewesen war, um an sein Leben weiterhin zu glauben. Manchmal ist es einfach nur ein Lächeln. Und das finde ich so unglaublich wertvoll. Und so einen creepy Moment hatte ich auch schon mal, wo einer dann zu mir gekommen ist, auf dem Stadtfest. Der hat mich umarmt. Also Susan, du hast mir mein Leben gerettet. Ich so, hä, was? Also du hast mich aus meinen Depressionen rausgeholt. Ich so, wie? Ja, ich war bei dir in deinem Workshop mit dabei und es hat mein komplettes Leben verändert. Ich so, okay. Ich so, das war doch nur ein kleiner Work... Also ich in meiner Wahrnehmung, es war doch nur ein kleiner Workshop, wo ging es um das Thema Werte. Also nein, du hast mein ganzes Leben empfohlen. Du hast mich damit aus meinen Depressionen rausgeholt. Ich so, krass. Und das war wieder so, wir wissen gar nicht, wie, wie heftig manche Sachen sind, die wir für uns mini klein sind und für jemanden anders und für jemanden anders ist es wow. Das wollte ich eigentlich als Vortragsthema machen bei dem Zeilesheim-Kongress, der dann Corona zum Opfer gefallen ist. Ach Quatt! Nämlich die andere Seite, weil manche Leute haben einfach Glück im Leben. Und ich habe das Gefühl, da ist eine Strategie dahinter. Also die Strategie, wie schafft man es, diese Kleinigkeiten nicht zu übersehen? Weil da gibt es ja doch den Menschen auf der anderen Seite, der dann in einem Workshop war. Und der hat diesen einen Satz von dir aufgenommen. Der hat ihn angenommen. Der hat sein Leben damit verändert. Das ist ja auch von seiner Seite aus eine Aktivität. Und wenn du dir Biografien anguckst von Leuten, wo man am Ende sagt, boah, der hat ein tolles Leben gehabt, sind das ganz oft kleine Augenblicke. Und es gibt dazu Untersuchungen, ganz spannend, diese Augenblicke gibt es in jedem Leben ständig. Aber meistens übersehen wir sie. Und es gibt Leute, die übersehen die Augenblicke nicht. Also die erkennen die, die kriegen mit, das ist so ein Glücksmoment. Und wie sind die Wahrnehmungsfilter von denen, die das merken? Es gibt da irgendeinen Professor, der wollte das untersuchen. Und er hat im Büro hinten am Flur und hat Leute eingeladen, die die Glück hatten und die die kein Glück hatten. Und er hat auf dem Weg, auf diesem Flur seitlich irgendwie einen Dollarschein hingelegt. Und er meinte hinterher, die, die von sich sagten, dass sie oft Glück haben im Leben, die haben den alle gesehen. Und die, die sagten, dass sie eher kein Glück haben, die haben ihn übersehen. Das ist eine Frage der Wahrnehmungsfilter. Ja, ich glaube, das ist so ein Punkt und ich glaube, das fängt schon so bei so Kleinigkeiten an. Das ist vielleicht mega kitschig, aber ich liebe es ja spazieren und ich liebe die Natur. Und ich strahle über tausende Ecken, wenn ich zum Beispiel ein Schmetterling sehe, da werden zum Beispiel zwei Schmetterlinge miteinander tanzen. Da stehe ich dann eigentlich so Haaaah. Und ganz oft beim Autofahren ich dann so, oh, ich so, oh, guck mal die Wolke. Ich so, oh, guck mal da. Und meine Freundin immer so, was siehst du permanent? Siehst du das nicht? Also ich nehme ganz viel auf so diese kleinen Sachen permanent wahr. Also, was du immer so siehst. So. Und das ist ganz, ganz, ganz häufig. Und ich bin ja auch mit meiner besten Badiline hierher gefahren. Und wir hatten beides so einen coolen Moment, weil wir sind dann das ist ein eigengroßen, ehemaligem Wasserwerkzeug da vorbeigefahren. Und ich so, wow, was für geile, coole Gebäude. Irgendwie faszinierend. Und wo andere vielleicht einfach so stumpf dran vorbeifahren. Und ich denke mir so, das ist ja voll die Geschichte und das sieht voll spannend aus. Was ist das denn? Und das ist, glaube ich, das, was dann auch heute ist so. Das meinte ich ja. Die Offenheit. Also, damit sind wir eigentlich wieder bei der Achtsamkeit angekommen. Ja. Wo wir angefangen haben. Die Achtsamkeit für sich, für die Welt, für die Uhr. Wenn wir eine Stunde einhalten wollen. Oh Gott. Weiß. Tu mir das nicht an. Es ist so schön mit dir. Können zweiten Teil machen. Wenn du willst. Wir können ja mal gucken, wie das Feedback ist. Und wenn unter dem YouTube-Video dann steht, zweiter Teil, zweiter Teil, zweiter Teil. Und die sagen dann so, ne, euch zwei nicht mehr. Dann machen wir noch einen dritten Teil. Okay. Zweiten, dritten, vierten Teil. Es gäbe noch viele spannende Sachen, wo man weiter einsteigen könnte. Total. Also, was ich jetzt unbedingt noch loswerden möchte. Danke. Ich danke dir. Danke. War mir ein großes Vergnügen. Ein wunderschönes Gespräch. Also, ich finde es auch total schön, dass wir es wirklich hier live ohne Farbe machen. Weil, ich muss ja sagen, es wäre auch ein bisschen irgendwie, ich liebe es ja wirklich, mit Menschen näher zusammen zu sein. Weil, dann schwingt ja so unsere Energie hier so gemeinsam, so im Raum. Und wenn ich schon sage, ich arbeite viel mit Energien und so, ist es natürlich viel schöner, die live ohne Farbe wahrzunehmen als Online, ne? Ich bin wirklich froh, um die Möglichkeit, Gespräche auf Zoom zu führen. und ich bin noch mehr froh, wenn man Gespräche so führen kann. Es ist doch irgendwie, es gibt da etwas und sei es, dass es die Energie ist, das geht nicht über Online. Da ist nochmal so eine Qualität mit drin. Die gibt es nur, wenn man sich gegenüber sitzt. Es gibt so eine kleine Quintessenz, die irgendwie so einen Unterschied macht. Ich kann dir auch nicht genau sagen, was es ist. Also online ist wahnsinnig viel möglich, steht außer Frage. Aber vielleicht ist es auch einfach schon dieser Moment, dass man, wie wir zwei das vorhin machen konnten, man sich zur Begrüßung umarmt. Vielleicht ist das einfach schon so diese Müh, diese Quintessenz, die es dann so, ja, nah macht. So in Verbindung, in Connection. Ja. Aber ich hätte jetzt lieber meine Klappe im Rahmen der Zeit. Ich will noch einen anfügen, weil ich habe die Frage auch oft nachdenken. Und ich glaube, es geht um ein völlig absurdes Maß an Gleichzeitigkeit. Weil ich merke, dass diese minimale Zeitverschiebung auf Zoom auch wenn es bloß ein Sekundenbruchteil ist, doch irgendwas mit der Beziehung macht. Und diesen Spruch, den jeder von uns weiß, Beziehung findet in der Gegenwart statt. Ja. Ich habe das durch Zoom nochmal auf eine andere Art verstanden, dass diese Gegenwart meint wirklich die Mikrosekunde. Und sobald das ein bisschen verschoben ist, ist es genauso, wie ich mich zum Teil wundere, wenn ich meine Tochter angucke, dass die dann mit ihrer Freundin einen Abend lang WhatsApp-Sprachnachrichten schickt, wo ich ihr dann manchmal sage, wir haben das früher Telefonieren genannt. Also es findet da so eine komische Zeit, also aus der Zeit rausgehen, dieses gemeinsame Zeit verbringen. Und da habe ich durch Zoom nochmal verstanden, das ist wirklich erstaunlich, wie das um ganz kleine Zeiteinheiten geht. Aber diese Gleichzeitigkeit macht es für mich aus. Und darum danke ich dir, dass du hierhergekommen bist. Nein, von der Farbe. Ja. Zum Anfassen. Jetzt haben wir noch heimlich eine Person hier, die imstande ist, die Kamera zu stoppen, sodass wir einfach nur winken müssen. Das ist voll gut, oder? Das ist also ein genialer Service. Genialer Service mit wundervoller Energie im Hintergrund. Genau. Und du hast auch gemerkt, wie sie die ganze Zeit irgendwie... Voller Spannung. Hoffentlich erzählen sie kein Mist, die zwei. Und, wie waren wir? Super. Gut. Ich danke dir. Ich danke dir vielmals. Ich komme gerne wieder in den Stuhl. Du hast recht, der ist wirklich unglaublich toll und bequem. Wir machen den zweiten Teil. Bis bald. Also, aber wenn ihr vielleicht kommentiert und so, ne? Tschüss.